Musik Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Legends Leute, wir haben eigentlich schon wieder ein Update Video Zeit Es passiert, passierten und passieren mehrere Dinge Also irgendwie, Legends ist gerade ziemlich fies zu mir, aber cool zu uns Spielern Warum? Wir bekommen relativ viele Updates Also, am Mittwoch hatten wir das große Update Habe ich ein Video dazu gemacht, habt ihr alle hoffentlich gesehen Dann, am 1.10., also am Donnerstag, kam dann der geile Zeitkristall-Abbau-Roboter Den ich immer kaufe, denn er bringt einfach einen Arsch voll Zeitkristalle Für, ich glaube, 17,99 war das Ja, ist viel Geld Kriegst du aber 2.500 Zeitkristalle Finde ich ziemlich geil, den hole ich mir eigentlich immer Der kam am 1.10. Dann kam am 1.10. Die neuen monatlichen Missionen, wenn ich sie mal kurz finden würde Hier unten, genau, die neuen monatlichen Missionen sind wieder da Und, was glaube ich, nicht alle von euch mitbekommen haben Ich habe es absichtlich noch nicht gespielt, um es zu zeigen Leute, Kapitel 3 der Story ist auch da seit Donnerstag Okay, nur damit ihr Bescheid wisst Jetzt kann ich es mal endlich zocken Leute, Donnerstag kam also einiges Dann, aber das war nicht alles Dann geht es nämlich heute weiter Zum Beispiel Wir haben den neuen Raid-Boss, der ist da, den werden wir gleich mal spielen Wo man gewisse Medaillen bekommt, die man eintauschen kann Gegen entweder Zeitkristalle oder Zenkai-Seelen und so weiter und so weiter Das Ganze ist so Je schneller wir den Raid-Boss zerlegen, umso mehr bekommen wir Stirbt er bis zum 05.10. Bekommen wir 20 Medaillen Stirbt er danach 15 Stirbt er gar nicht 5 Okay, also haut rein, Leute Bonus natürlich sind neue Charaktere Der neue Coco Black Der neue Siamen Tag Team Und der kleine Trunksy macht Bonusschaden Obwohl Grün natürlich mehr bringt Da der aktuelle Raid-Boss Grün-Schwäche hat Und ja, also What? Wir haben heute ein Raid-Boss-Event bekommen Dann haben wir eine Ankündigung für morgen Und zwar am 4. Heute ist es der 3. Ja, am 4. Startet Champions-Bonus Ja, Mr. Satan, Leute Mr. Satan Finde ich zum Ehren-April-Scherz Aber ja, jeden Tag spielen Bekommt ihr 50 Zeit-Kristalle pro Tag 10 Tage sind 500 Zeit-Kristalle Einfach so, kostenlos Finde ich immer geil Nehmt man gerne mit, Leute Auch wenn es Mr. Satan ist Spielt er bei den Champions-Bonus Auch nice Und dann haben wir natürlich Ab heute wieder das Wochenende Bedeutet Wir haben den Weekend-Bonus 100%igen Sparking-Ticket Wir haben den Weekend-Banner wieder Also zur Zeit geht die Party ab Zuerst Mittwoch das fette Update Donnerstag die Story Und die monatliche Mission zum Beispiel Und jetzt der Abbau-Roboter Dann heute der Raid-Boss Und das Wochenende gestartet Morgen dann Mr. Satan WTF kommt jetzt jeden Tag was? Ich kann doch nicht jeden Tag Update-Video machen Auf jeden Fall, Leute Es passiert die ganze Zeit was Ich würde sagen Wir machen zuerst den Raid-Boss Und dann öffnen wir hier Unsere kostenlosen Sachen Der Raid-Boss ist jetzt nicht so schwer Und vergesst nicht, Leute Vergesst nicht, eure Würstchen zu sammeln Raid-Boss Also Er hat einen Arsch voll Leben Hier bei meiner Videoaufnahme Hat er gerade noch 41 Äh Milliarden Billionen Billionen Leben What the fuck Nicht mehr Billiarden Der hat Billiarden Leben What the fuck, Alter Übertreibt mal wieder Legends Wir gehen rein Wir spielen mit dem neuen grünen Goku Black Hauenrad rein Suchen uns einen Mitspieler Ich hoffe, ich finde mir einen Wir suchen mal Ohne Einladen Wir suchen einfach mal einen Ähm Warum habe ich jetzt ganz viele Gott-Key-Charaktere mit Obwohl er ja gar kein göttliches Key ist Weil er sich im Kampf verwandelt Und dann wird er zum Gott-Key Und profitiert von allen göttlichen Key-Buffs Und natürlich auch von den Zukunfts-Buffs Goku Black ist einfach nice Und ich werde jetzt zum ersten Mal damit kämpfen Und freue mich schon sehr Ich hoffe, ich finde den Gegner Muss da nicht jetzt gleich mal schneiden Aber ich glaube, doch schon Aber sagt dir mal dazu Haut es mal kurz erst mal in die Kommentare Finde ich es besser Wenn wir jetzt so jeden Mittwoch Ein fettes Update bekommen Und dann fast täglich Noch so kleine Updates hinterher Oder sagt dir Nö, gebt mir lieber Ein fettes Update pro Woche Warum spielt der jetzt mit Vegeta Ich habe einen Kack-Spaß hier als Kollegen Egal, wir gehen rein Ähm Wollt ihr lieber ein fettes Update pro Woche Oder lieber täglich etwas Kleines Das sind mal die Dinge, die mich so oft interessieren Wie findet ihr das so? Also ich finde das mit den Kleinen Plus dem Großen Ziemlich geil Ne Ich will jetzt nicht jeden Tag irgendein Update Sondern wirklich schon das Große am Mittwoch Aber gerne auch die Kleinen Dann so random hinterher Ne Ultimativer Showdown Jetzt sollten wir auch eins der Relativ noch neuen Sachen sehen Ja genau Unser Kollege hat null Dragon Balls Das ist ja eins der neuen Sachen Die wir jetzt sehen Ging meine Attacke jetzt Ins Leere Weil er gerade angegriffen hat Yo LOL LOL Meine Attacke geht Gehen wegen seiner Animation Gerade ins Leere Vom Vegeta WTF Mann Will er mich verarschen Und wir sehen Er hat jetzt drei Dragon Balls Seht ihn in der Mitte des Bildschirms Ich hoffe ihr seht das In der Mitte des Bildschirms Er hat vier Dragon Balls Das ist halt echt geil Die Anzeige Ah ich brauche schnellere Karten Alter Ich muss schneller Karten ziehen Oh ich habe vergessen mich zu verwandeln Scheiße Ich habe vergessen mich zu verwandeln Ich habe noch nie Wie gesagt noch nie mit dem Goku Black gespielt Oh wir gehen rein Komm 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 Oh yeah Super Saiyan Rose Ist da Leute Wir sind da Ah ist das schön Oh der Damage ist schon geil Alter Schaffe ich noch einen Rising Rush Jo müsste klappen oder Wir gehen rein Gegner hat auch Ja verbündet Wollte ich sagen Hat auch Rising Rush ready Bedeutet wir können doppelt jetzt reingehen Mehr Schaden verursachen Ich hoffe wir Gewinnen auch den Rush Jo sogar perfekt Beide mit blauen Karten gewählt Guckt auf das Leben Wir haben ihn gelöscht War das Weltrekord? Hab wir den Gena gerade In Weltrekord Zeit besiegt? War das Weltrekord? What? Was? Ich habe doch Ich habe doch gerade erst angefangen zu spielen Wir haben ihn Wie viel lang haben wir gebraucht? Ein paar Sekunden insgesamt? What? What? Ich kann es gerade nicht glauben Wir haben ihn so schnell ausgelöscht gerade Obwohl mein Verbündeter Den falschen Charakter gespielt hat What the fuck? Ich bin happy Und ja ihr könnt in der Tauschbörse eure Sachen umtauschen Bla 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 Ich habe echt einen Frosch im Hals Ich brauche noch einen Kaffee Mir hat gerade zu sehr geschränkt Ja hier oben bekommt ihr noch eure Medaillen Je schneller wir ihn besiegen Wie gesagt umso besser Dann haben wir 20 Medaillen Was bedeutet Wir kriegen sehr viele Zeitkristalle Bla bla Zenkai Seelen Könnt euch entscheiden Was ihr da haben wollt Ich mag solche Events Red Boss ist ganz cool Weil vor allem Du kannst so oft draufhauen wie du willst Und es macht schon Spaß Alter haben wir den schnell gelöscht Ich bin gerade begeistert Ich dachte mit diesem random wird es lange dauern Nö Weil ich würde sagen Wir machen unsere vorletzte Ich glaube morgen geht es noch mal Ja unsere vorletzte müsste das sein Ja vorletzte Ziehung Bin gespannt Kostenlose Ziehung Also ja wie gesagt Was sagt ihr davon Jeden Tag Updates Ja nein Vielleicht Also ich finde es cool Weil jetzt habe ich nicht nur das fette Mittwoch Update Sondern ich habe fast jeden Tag was zu berichten Auch ist für mich auch cooler natürlich Red Boss Event Haben wir eh gewusst Dass es kommt und so weiter Aber jetzt ist es da Story ging einfach so weiter Am Donnerstag Das hat mich auch verwirrt Warum geht die Story am Donnerstag weiter Das war für mich so sehr 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 merkwürdig Dann das Weekend Event sowieso Die monatlichen Missionen war klar 1. Oktober kommen die neuen monatlichen Missionen Das war logisch Auch ziehen wir jetzt echt nur Scheiße hier raus Den Gratis Banner Es sieht so aus Ziehen wir jetzt nur Heroes Oh lol Oh lol Ok ist ein Extreme dabei Und Kaba haben wir schon zweimal Haben wir jetzt zweimal Kaba gezogen Ich hasse dieses Mädchen Und Leute Eine Sache nicht vergessen Heute Kommt noch ein Video auf meinem Kanal Oh 14 Sterne Oh nice Und zwar SionDub Live Reaktion Das müsst ihr sehen Leute 7 Sterne Kaba nehme ich Ah 7 7 Sterne plus Wollte ich sagen 14 Sterne Kaba nehme ich sehr gerne Weil auch jetzt ist der Charakter bei mir Komplett abgeschlossen Feiere ich Und jetzt haben wir noch das 100% Sparking Ticket Ich hoffe jetzt ziehen wir es geiles Einmal pro Wochenende Einmal pro Wochenende bekommen wir eine Sparking geschenkt Finde ich geil von Legends Es ist so ein kleiner Ausgleich So ein bisschen Falls man halt immer Pech hat Hat man im Monat Vier kostenlose Sparkings Und darüber Kann man sich glaube ich nicht beschweren Überhaupt Ey ich bin auch immer ein bisschen baff Ne Uh Teleport Kaba mehr Geil Ich bin auch immer ein bisschen baff Dass wir den Rape Boss so schnell gelöscht haben Habe ich nicht damit gerechnet Habe ich nicht damit gerechnet Und Sparking ist Ah Was Ne Scheiße Also Dieses Sparking hättet ihr auch behalten können Oder Können Stern nach oben wenigstens Aber dieses Sparking hättet ihr behalten können Ey ich hab schon 12 Sterne Trunks Und ihr seht wie schwach er ist Ne Ich mein Leute Der ist 12 Sterne Und hat gerade mal 1,2 Millionen Kampfkraft 12 Sterne 12 Ja er hat natürlich einen fetten Schlagangriff Weil er ein aufgepumptes Saiyajin ist Aber Das ist gar nichts Ne Das ist gar nichts Leute Ah Hätt besser laufen können Jetzt hat man natürlich noch wenn man will Täglich Dreimal Samstag, Sonntag, Montag Warum auch immer Montag Verwirr bin ich noch immer Ähm Die Chance mit Humor Zeitkristallen was zu ziehen Werde ich nicht machen Finde ich nicht sinnvoll Ah Was wir noch haben Ist die 20er Ziehung hier Bam Also ja Schaut auf jeden Fall später noch bei SaiyanDub Video rein Es wird euch umhauen Ich liebe es Ich will nicht spoilern Aber es wird geil Ich will nicht spoilern Aber es wird geil Aber ja Ich will unbedingt wissen Eure Meinung In den Kommentaren Findet ihr die Updates geil Ja Nein Öfter Updates Weniger Updates Einmal pro Woche reicht Bla 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 Haut es mir in die Kommentare Ich bin echt gespannt Ähm Ich freue mich auf jeden Fall Ich werde jetzt den Raid Boss weiter verklatschen Mit meinem Goku Black Woher habe ich den Goku Black Wie habe ich ihn gezogen Wie habe ich ihn gezogen Seht ihr alles im letzten Livestream Opening Auf YouTube von Donnerstag Schaut da unbedingt rein Jetzt auf der Endcard Einfach drauf drücken Wenn ihr die Meinung wissen wollt Von mir Zum neuen Goku Black Und zum Saiyan Man Tag Team Auch das Video ist schon online Seht ihr auch jetzt gleich auf der Endcard Einfach drauf drückt Kein Leute Abonniert nicht vergessen Bis zum nächsten Mal Haut halt rein Bin gespannt was ihr sagt Und ciao Bis zum nächsten Mal